ja hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video heute mal kein fahrvideo sondern wir sind hier am klemsdeck 101 praktisch ein heimspiel 20 kilometer von zu hause weg schon allein auf dem parkplatz ist die hölle los ja wir laufen einfach mal durch ich gucke mal was wir alles finden viel spaß bleibt dran so so Ja, und da haben wir dann schon mal das erste Highlight. Die ist schon mal richtig schön gemacht. Coole Sache. Die ist schon mal richtig schön gemacht. Ja, krass, schon auf die erste paar Meter so viele tolle, umgebote Motorräder. Aber nicht nur Motorräder, auch viele Stände mit Zubehör, wie Klamotten, Ersatzteile, Tuning-Zubehör, Reiseveranstalter. Alles mögliche, alles rund ums Thema Motorrad. Die Jacke ist schon mal richtig cool. Die Jacke ist schon mal richtig cool. Wenn ihr einen Instag installieren wollt, da ist alles dran, was geht. Alles gut. Die Jacke ist schon mal richtig cool. Das wird von D Yoda, D der Bis zum nächsten Mal. Ja, guck mal, wenn man hier alles trifft, die Maja und die Besitzer. Hi, Servus. Guten Tag. Coole Sache, jawohl, perfekt. Die Welt, die wird elektrisch. Immer wenn du denkst, jetzt kann nichts mehr kommen, es geht immer noch ein Backstein in Obels Ruf. Was für ein Motorrad. So ist es auch. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Bis dann. Ciao, euer Westbendit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah, oh? Wir sehen uns beim nächsten Mal.